Warum nehm ich nicht mehr auf? Was sagt ihr Arschgesichter mir das nicht, dass ich nicht mehr aufnehme? Toll, das hat man nicht gesehen, wie ich alle vier gleichzeitig töte. Tja. Verdammt. Wieso habe ich jetzt auf einmal 60 Frames? Nein, jetzt habe ich wieder 30. Was weiß ich. Warum hat er aufgehört aufzunehmen? Vorhin hat er doch auch weiter aufgenommen. Was war denn das jetzt? Was macht Migoi überhaupt, wenn man verschiedene Auflösungen hat? Daemon, was macht Migoi dann? Äh, muss das... Muss halt... Muss halt... Ähm... Mal, Moment. Ich habe ja gerade zu tun. Äh, so. Ähm... Ich muss dann halt mehrere Encodierung halt machen. Wie, das kann ich alles auf einmal machen? Nee. Das ist ja ein Scheißprogramm. Warum empfiehlst du sowas? Ich kann nur so einen Dreck empfehlen. Nämlich TMP, das kann das. TMP kann das auch. Warum kann Migoi das nicht? Drecksprogramm da, ey. Benutze ich nie wieder. Oh, ich habe vor meiner Rege an. Ich spiele es ab... Boah, er haut schon wieder ab hier. Sofort nehme ich nur noch Camtasia. Ich habe doch gedrückt. Endlich. Wacht in die Uhr. 47. Camtasia kann das bestimmt. Das ist viel besseres Programm, nehme ich das. Einen schaffen wir doch und dann... Denk mal. Was ist das? Ich bin keine Gegner. Ah, da. Hey, hör auf! Ich wollte da campen, du Arsch! Das hat so schön funktioniert. Dann kommst du. Das ist doch unfair. Lass mich da campen. Hey, die Runde... Die Runde... Kenne ich aus Quake 3, oder? Keine Ahnung, hab das Scheiß-Spiel ewig nimmer gespielt. Boah. Ach. Ah. Was ist das für ein Shit? Hilfe. Ich habe Angst, ich laufe weg. Ach, verdammt. Wer hat da einen 112er Punkt? Punkt. Deswegen ist ein Magnum so gut. Der hat so einen hohen Ping. Ist ein High-Pinger, du. Hä? Hilfe! Oh, ich hätte dich auch gewusst. Was seid ihr Noobs denn? Hä? Ihh, mein Gott. Scheiße. Weg ist er. Man merkt, wie der immer null Skill hat. Aber der Server ist ein bisschen scheiße. Hier gibt's nichts. Wie gut, dass keiner weiß, dass ihr den Munitions-Hack habt, wodurch ich 99 Schüsse mit der Railgun hab. Hab nur ich den Hack? Oh. Was hält ihr hier alle? Steckt euch vor mir. Blitze. Scheiße. Es ist ja noch einer gekommen. Na, das mit der kleinen Map war super. Schnauze hier. Hä? Was war denn das jetzt? Ach, ich bin in den Teleporter gerannt. So, ich denke mir schon, was leuchtet in da so. Was? Das ist cool, irgendwie. Scheiße. Ich wünsch dir das Gauntlet. Was? Wenn man in einem Map wo das Gauntlet funktionieren würde. In die Füße geschossen. Ha! Das tut weh. Jetzt hab ich 60 Frames. Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich bin unten. Ich bin doch der Mann. Ich sollte oben sein. Demon, bleib unten. Bleib ich ja, nachdem ich dich abschossen hab. Oh, zum Glück ist es nur Delfine und er schießt immer so weit vor. Nein, das ist Magnum, hä? Hä? Ich bin doch unter Wasser gegangen. Ich hab mir schon gedacht, hä? Also jetzt hast du auch so einen schwarzen Helm auf. Na also, geht doch. Da ist Wasser. Kann ich da durch? Cool, ich bin unter Wasser. Dann bin ich auch. Okay. Ganz wieder herwünschen. Wie geil. Meine Maus hängt und ich weiß nicht warum. Boah. Ich treffe. Ich auch. Die Wand fallen. Das gibt's doch nicht. Endlich. Boah, wie oft die die Wand gefreckt haben eben. Ja, nur nicht kopflos werden, Dämon. Ach. Dieser Magnum, ne? Hat der ja nicht auch mal ne Fernsehserie? Ja. Ja. Boah. Das ist mit meiner Maus. Das mag das Spiel irgendwie nicht. Die harmonieren einfach nicht miteinander. Bleib halt stehen, du Cheater. Mach mal dein Aim-Board aus. Boah. Von hinten natürlich. Ja, nein. Die schießen wir voll in den Arsch, die Schwuchte. Ach, ich bin im Wasser. Fick dich. Verdammt. Boah. Doch nicht. Verdammt. Ach, leck mich. Stirb, unnamed player. Jetzt geht's los. Aim-Board aktiviert. Verdammt, Magnum. Glaub mir meinen Kill. Nimmst du eigentlich auf, Dämon? Dämon redet nicht mehr. Er muss sich konzentrieren, während der Nedim schießt. Mach mal einen. Hey, ich bin Zweiter. Nimmst du auch auf, Dämon? Eins geht noch. Ne, da hab ich irgendwie nicht so viel Frames. Warum hast du denn nicht so viel Frames? Oh, die kennen wir doch schon. Nein. Nein. Das sagt mir gar nichts. Hab ich noch nie gesehen, die Mad. Kenn ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was sie weiß. Das machen nicht nur die Bots. Ich hab, ich... Warum ruft man die Maus so? Guck mal, mein Hund leiser. So, jetzt mal. So. Unheimid Player bleibt einfach mitten auf der Map stehen. Das ist ein Pro. Boah, sind hier viele. Ja, keine Ahnung. Das ist halt... Na gut. Für die andere Server ist nichts los. Wir sind hier, ne? Zu dritt. Das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung für Deathmatch. Boah, der eine ist schon länger als der Kapiel anscheinend. Ich laufe einen Profi. Wie im Profi laufe ich? Ohne mich umzudrehen. Also, der Unheimid Player ist ein einfacher Gegner. Und dieser Delfinio auch. Katsch. Und der Dämon ist ein Cheater. Das erkennt man gleich. Deathmatch ist weg. Boah, übel dich. Nein, ich glaub ich's ja nicht. Aber schade, dass ich diese Map noch nie gespielt hab. Das wär ich bestimmt viel besser. Ich kenn die überhaupt nicht. Die ist mir so unbekannt. Bleib stehen, Delfinio. Wieso? Damit ich dich besser erschießen kann. Ach, der Meck noch nicht schüttelt da. Death Null. Hab ich mal ins Death Null verschoben. Gar köstlicher Witz. Das ist ja genauso scheiße wie die Bots. Die kommen auch immer von hinten. Und fühlen sich dann toll, weil sie irgendeinen getroffen haben. Lad nach. Geht doch. Ah, wo häng ich denn da? Ich hab Angst. Hoben sie gleich zwei Kitty. Was ist denn jetzt kaputt? Sieben Leute. Ach, wo denn? Acht da. Wo denn? Dreh dich mal um. Da sind 200 Leute hinter dir, ne ganze Armee. Das ist ja so friedlich angefangen. Ja. Aber sobald irgendwo auf uns... Ah. Was war denn das jetzt für ein Leck? War das ein Leck? Ich hab plötzlich einen Ping von 80. Warum ist jetzt mein Ping auf über 90 gesprungen? Ich glaub, der Server mag so viele Leute gar nicht. Kitty spielt wie ein Mädchen. Verdammt, ich hab... Verdammt. Delfinio! Glauben wir nicht meine Kills? Hahahaha. 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 Sein Magnum ist schon wieder da. Hahahaha. 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 Delfinio glaubt mir schon wieder meinen Kill. Hahahaha. Hahahaha. Ich war schon außerhalb des Bildschirms. Hahahaha. Nein, was schnig. Hahahaha. Hahahaha. Hör auf zu cheaten. Hör auf durch Wände durchzuschießen. Hahahaha. Hör auf zu ruckeln. Hahahaha. bewegt dich doch unlustig hoch 10 nur ich das gefühl dass es ihr leicht legt oder auch meine kills zu klauen sind alles meine und dann sind auf einmal so viele leute da und ich muss feierabend macht aber ich bin nicht letzter das war unheimlich player oder hey guck mal springende feuerbälle ist ja wie mario ich hab die lead verloren woher ist er denn hingelegt nach leck mich bilden wir nur eine oder sind die hitboxen hier ein bisschen merkwürdig so vor allem ein wenig die sind viel zu klein also ich habe das gefühl dass die manchmal stellenweise ein bisschen verschoben sind wo kämpfst du schon wieder du campers schwein und damit player ist minus eins der führer hat einen neuen freund kitty sieht aus wie so ein mädchen spielt mit einem katzen charakter hey vielleicht kommen sie alle auf meinen youtube account machen eine große party ich habe auf jeden fall das spiel für das nächste abonnenten battle gefunden ach man hört auf meine kills zu klauen macht eure eigenen ja ich sollte nicht springen das funktioniert einfach nicht in dem spiel man hat ja aus meiner schönen ecke geschlossen aber auch schon da stehen bleibt super wie ich spawnen und zwei leute vor mir sind da und vor mir ihr wisst was ich meine irgendwie lief das im single player flüssig habe ich das gefühl und da bleibt die maus wieder stehen ich habe menge noch getroffen ich bin fünfter von der dreck also wir legen jetzt in der regel fest ihr dürft nicht mehr über oder unter meinem ziel kreuz sein nur links und rechts davon weil die befähigung läuft problemlos warum treffe ich die nicht das sind so einfache ziele weil du es nicht drauf hast ja du warst unter meinem zielkreuz das darfst du nicht habe ich ja schon mal gesagt eben ihr dürft nur für meine ziel kreuz zu sein scheiße unheimlich player ist gegangen jetzt bin ich letzter ich mag die mappen nicht es ist super steig ein und der schuss kommt schon gibt es ja keine spawn protection okay die war doch schon ewig weit weg gesprungen warum hab ich die noch getroffen ich sag ja die hitboxen hier sind sehr merkwürdig das ist was die besseren hitboxen spielen battlefield 1942 gibt es hier irgendwo so einen shooter wo man bloß so ein riesiges paket ist wo die hitbox einfach nur so ein großer block ist gibt es einen minecraft shooter oh was dämon verliert der noob kann mir bei meines natürlich nicht passieren zum schluss nochmal dämon gekillt der dämon ist nicht erster der noob wenn ich so schlecht wäre wie du würde ich echt mich selbst mod begehen tja ich hab es eben nicht nötig mich anzugeben im gegensatz zu euch habe ich noch zeit für eins eins geht noch komm eins geht ID ist es schon ne ja es ist 7 aber ich lauf ein wenig schneller dann geht es was kommt ihr denn her ah Magnum der hat doch ne Rägel und keine Magnum was erzählt denn der? der lügt so gibt es keine Magnum in Quake 3 was? warum hab ich dich nicht getroffen? warum triffst du mich? ich hab dich schon gar nicht mehr gesehen was soll das denn jetzt? ich hab doch abgedrückt was? ja daneben nein er hat gar nicht erst geschossen das war das problem sonst wärst du tot gewesen ach so das ist natürlich ich hasse diese nachladezeiten immer wieso gibt es die bei Waffen? ist doch scheiße was? ich drehe mich um und bin tot ich sollte mich nicht mehr umdrehen oh ein Teleporter oh der shit einer ist tot und noch einer ist tot ein er fehlt was ist der denn? und tot was ist das denn? das ist ein Untergang oh ich hab Delphino ich wollte auch Kitty töten ich mag keine Frauen das wohl ne Frau ist der hat seine Freundin eingeladen das ist Kitty gibts zu Gämon sei ehrlich lüg nicht hat keinen Zweck wir kennen dich alle wir wissen wo du wohnst boah die Map ist geil die Map ist scheiße die Massen sterben hier ich sollte aufhören unter meinem Zielkreuz zu sein oder überhaupt das funktioniert so einfach nicht ich mag es elfmal ergrenzen schon hahaha wie geil ist das denn mal was ist? warum hat er ein 110er ping? hinterher gelaufen ach ja dämon du hast eh nix drauf Mensch komm ein verdammt nochmal gibts doch nicht endlich ich bin nur zweiter hinter Delfino geworden weit abgeschlagen Dämon ich weiß doch ich Magnumato 14 Punkte und die letzten und ich 27 die letzten 3 haben sich seit gelassen Dämon dein Vogelnerv also ich hab doch eindeutig getroffen Delfino hat mich getötet ich bin Erster kannst doch Erster nicht mehr schreiben kannst doch nicht mehr deinen Namen schreiben yeah nein Hilfe Dämon aaaaaa das ist nicht Dämon das heißt der heißt Delfino der Typ you faggot kitty und Dämon cool uh was will ich denn da hinten ein Gott oh komm das war doch unfair das war doch unfair das war doch unfair vor mir spawnen ist das ist unfair das darf das dürfte nicht das ist cheaten vote bann muss man eigenen Server aufmachen dann kann ich euch spaß da alles bannen ey alle bannen alles bannen ich nix deutsch ich voll ey jetzt pass mal auf du scheiß Ossi ne das noch mal machst ne ich voll da gar nicht runter kitty 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 komm her mietz mietz du meine ich das jetzt nicht scheiß mietz ja vorbeigeschossen schon klar da war doch einer ach da da war doch einer was soll denn jetzt hin oh das ist Dämon Dämon ist ein leichtes Opfer dachte ich im Moment hab ich gedacht das ist Delfine und er macht mich voll platt aber ach wie sie alle wieder auf mich gehen ein Toter und zwei Lebende im Raum und alle gehen sie auf mich das ist doch so herzlich unfair so wir machen jetzt so lange weiter dieses Battle bis ich mal runter gewonnen hab das könnte dauern und das Battle habe ich dann als ein Video hoch also geht schon mal los und sagt Youtube dass es die Dateigrößenbeschränkung aufgehoben werden muss ach ach jetzt klauen mir kitty meinen kill mietz 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 jetzt kommt doch noch einer tötet man bitte ach dass ist kitty nicht Dämon boah von oben Cos Ha Cos ist letzter voller Noob der ist auch erst gescheit es kommt nicht mit unbedeutenden Argumenten die nicht zählen Ich bin gut, ne? Sag es, ich bin gut. Ich habe Sex-Skills. Ich bin voll geskillt mit meinem Sex. Gut. Die Witz ist in der schwastische... Ach, ey, der hat einen Anzug an. Und jetzt ist er tot. Koss lässt sich recht viel Zeit mit dem Schießen, habe ich gerade festgestellt. Koss ist gar nicht mehr da. Dämonos Vogel lenkt mich voll ab. Deswegen bin ich so schlecht. Oha. Dämonos ist halt einfach der Noob hoch 10. Hast du überhaupt schon mal einen Frack gemacht in diesem Battle? Hast du überhaupt schon mal geschossen? Hä? Da. Also, so wird es bei nix, ne? Sechs Kitty-Skills. Ich halte Eis an den ersten Platz. Ha. Immer noch halte ich Eis an den ersten Platz. Den kann mir auch niemand mehr nehmen. Und ihr Noob seid irgendwo ganz weit hinten abgeschlagen. Ha. Aber ich bin... Oh, Dämon hat sich verbessert. Er ist nur noch vorletzter. Aber ich bin Zweiter, das ist gut. Ja. Aber gegen meine Skills, da könnte er nicht bestehen. Die Welt schaut mir noch mal kurz an und... Oh Gott, was ist das für eine Map? Ja, sieht wüst aus. Kitty-Killer-Tester-Elf. Camp-Timer-Again. Hey, da ist ein Schalter. Ich hab den Schalter aktiviert. Hey! Ich wollte wissen, was der Schalter macht, du sparsst. heat aufивать. Pfeck… Doch mal stehen. Bist drin jetzt. Hey, da gibt es andere Waffen. Ne, du schießt die Wasser. Ach so. Na dann ist es auch in Ordnung. Ja, aber ich muss da mal gehen Die Miets sind in den Spektator gegangen Ich würde jetzt so gerne mit dem Gauntel drum laufen Ich habe einen Kill gemacht Wann habe ich den gemacht? Oh, ich bin in die Lava gelaufen Das ist ein Backflip mit der Lava Yes Ja, aber ich würde hier mal sagen Ich mache Leaf Arena Können wir ja wieder mal machen Dann habe ich vielleicht auch mehr Frames Ja, ich hoffe, er hat nicht allzu viel Zwischensinnig aufgenommen Das wäre jetzt scheiße Aber egal, das war es von mir Wollte ich auch noch was sagen? Nein, gut, tschüss Ich sage nur tschüss Jo, tschau Servus